Das ist klar. Let´s just wait for it, I guess. Vielleicht tun wir unsere Mates was markieren? Ansonsten würde ich sagen Control Center. Ja, okay. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du wirst... das Gas meint schnell in die Sicherheitszone. Hä? Oitsch. Oitsch, Mates. Ich bin hier auch. Ach, bist du da? Du hast das kurz warm, das meint ich vorher. Okay. Würdest du lieber puzzeln oder zocken? Puzzeln oder zocken? Ja. Zocken, naja. Das ist eine Frage. Warum puzzeln? Was ist denn da auch? Ja, ich hab bitte geschrieben, was man so macht. Wenn er nicht kostet oder was halt. Weil er hat einfach geschrieben, er puzzelt. Das fand ich irgendwie süß. Würde ich aber zum Beispiel niemals machen. Über uns sind auch welche gerade. Ah ne, das ist ein Mates. Ne, 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 das ist nicht der Mates. Der Mann hier wurde ein bisschen shit on. Also puzzeln, fähr ich auch erstmal raus. Ich hab früher voll viel geprüsselt. Echt? Mhm. Diese kleinen Camper. Das war so wie ne Maya-Puzzle. Wie ne Maya-Puzzle? Mhm. Ist aber schön. Ich bin ja gerade. Ich bin ja gerade im Krieg. Also hol dich fast nicht. Früher war alles einfacher. Da gab's sowas noch nicht. Leider war das da rum. Weint mal vier. Puzzle? Naja, aber. Da war man nur im Krieg und musste nicht noch nebenbei wie ne Maya heranleiten. Okay. Das meinte ich eigentlich. Ja. Timo. Mhm. Ich hab nämlich auch noch jemanden im Gamechat, der heißt Snake ist ein Deutscher. Der richtet auf, was er tut. Als ob es so ein Dings ist. Ich hab viele von mir. Ist das nett? Ich hab einen Schlecht. Ich hab einen Schlecht. Ich hab einen Schlecht. Hacker. Hacker. Ich gucke das. Hacker wieder. Hacker. Hacker. Hat einfach geschossen, bevor er mich gesehen hat. Cheater. Mann. Fert würde dir auch sein, dass der gehackt hat. Eins in den Chat. Wenn er auch glaubt, dass er hackt. Hacker. 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 Der hat einfach geschossen. Er konnte nicht schlafen. Ich kann mich noch nicht mal sehen. Klarer Fall. Meines Erachtens. Klarer Hacker. Kennen wir ein paar Ding-Dongs für Activision. Anti-Cheat. Wo bist du? Come on dude. Ich hab meine Dinger an den Armen. Ich bin stolz auf mich. Wurde meine Arme trotzdem aui machen. Okay. Wir reden einfach mit mir. Nein. Ich bin noch da. Ich weiß. Das geht mir ganz allein. Oh Mann. So ein Army. Da kommt noch eine hoch. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Es passiert irgendwie nichts. Nur Doppel-XP. War das schon eben so? Wie wenig Quartes ist immer getrackt? Weiß ich nicht. Wart hier. Oh ja. Hier. Oh ja. Wird jetzt noch gestunnt. Das geht einfach nix. Wartest du kurz, bis ich die Runde fertig hab? Und gleich da. Ja. Ich hab grad zum Spaß in der Runde. Okay. Ich hab grad A-Max und Mac-10. Ha. Zu gut. Trotzdem alle. Ja klar. Mit kaputtem Arm. Mit kaputtem Arm. Dem her gebe ich jetzt ein Finish noch. Ich glaub ich krieg Karma, weil sein Mate grad im anderen Haus ist. Egal. Pussy, pussy, pussy. Hab ich trotzdem gefinigt. Haha. War nicht mal sein Team-Mate. War einfach ein anderer. Egal. 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 Chat. Schnell Wette machen. Schaffen wir 20 Kills die Runde. Let's go. Schnell schnell. Brain Delay. Komm jetzt einmal nicht schlafen. Brain Delay. Come on. Come on. Brain Delay. Come on. 20 Kill Wette. Schnell schnell. Schnell. Mods. Ja. In dem Haus sind die unten oben. Keine Ahnung. Mit dem redet Snake eigentlich. Ich versteh nicht mit dem mehr Quatsch die ganze Zeit. Keine Ahnung. was ist meeting? Oh, nein. Oh. 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 der aufklärungsüberflug an drohne erreicht einsatzgebiet oh ja der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel achten Achtung drohnen treibstoffe knapp zurück zur Basis zum nachtanken wir landen einfach da hin und wir landen der Kaiser geht richtig krass holy shit ja wichtig und wichtig ah bliat bliat oh letzte kugel wichtig alle dahinten niemand ist mehr hier ok risk it all ich fiel los das Gas verbreitet sich schnell in die neue Stadt Achtung drohnen treibstoffe knapp zurück feindliche Drohne über also entweder hat der Kaiser an oder er ist einfach krass auf dann bei kann ich mache dich die 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 gotta get the uavs up Ich hoffe, dass ich noch gesnipet werde aus dem Turm. Die sind gar nicht in dem Turm. Oh, ich habe einen Kill bekommen. Ne, habe ich doch nicht. Nur auf dem Papier. Servus. Und ich glaube, wir haben einen Cheater bei uns. Der hat schon 27 Kills und es leben noch 10 Leute. Im Team, ja. Ja, schauen wir mal hinzu. Der macht nonstop Kills, das hört mich an. Der ist entweder richtig krass oder er hackt einfach. Hacker, glaube ich. Aktivität. Wir haben dich hier beschossen. Das Gas leitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ja. Holt der Aufklärungsüberflug an. Bitte keine Heldenbomben, doch. Der ist wieder reingelangt an der Tür. Wir müssen jetzt kommen, ne? Ziel ausgeschaltet. Achtung. Drohnenkreisstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachkanken. Aktivität. Die Nerven. Bisschen. Das Gas breitet sich aus. D.G.: Der ist ja kein Selfress. und keine gasmaske jetzt bin ich so nervös ich bin ich voll aufgeregt ja ich will ich schaue übers krassen spieler zu bin ich echt aufgeregt ob ich sterbe jetzt und dann wird er sagen ob er hatte gehackt weiß ich küsse werden werde getroffen ihre kette nachdem wo die zone hingeht das kass breit ich will live in der wipel ausgestattet dress dress beautiful hey bomb let's go anker pro kann nicht wahr sein dass ich sterbe zweimal helmbombe obwohl ich ihn anschießen beim antag ist kann ich schieße noch zweimal an das ist so schlimm wenn man obwohl man den sniper anschließt bekommt ich bin jetzt fertig